In dem nachfolgenden Film stellen wir Ihnen wichtige Details und Funktionen zu dem Produkt vor. Mit seiner einzigartigen Kassettensteppung ist der Chairman 45 ein neues Design-Highlight aus dem Hause Topstar. Bequeme Echtlederauflagen ermöglichen eine angenehme Armablage während des Sitzens. Mit dem Hebel rechts vorne unter der Sitzfläche lässt sich stufenlos die Sitzhöhe des Stuhls einstellen. Greifen Sie dazu den Hebel, wie hier zu sehen, und ziehen Sie ihn kräftig an. Be- oder entlasten Sie den Stuhl bei gezogenem Hebel, bis die gewünschte Sitzhöhe erreicht ist. Optimal ist es, wenn der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel ca. 90 Grad beträgt. Mit dem Hebel auf der linken Seite lässt sich, über eine Wipp-Mechanik, die Neigung der Rückenlehne verstellen. Durch Ziehen des Hebels nach oben öffnen Sie die Neigeverstellung. Drücken Sie den Hebel wieder nach unten, wird die Rückenlehne in der aktuellen Position arretiert. In geöffneter Neigeverstellung folgt die Rückenlehne permanent Ihrer individuellen Sitzposition. Zusätzlich lässt sich der Gegendruck der Rückenlehne über eine Federkrafteinstellung individuell regeln. Greifen Sie hierzu das Handrad unter der Sitzfläche und drehen es gegen den Uhrzeigersinn, um den Gegendruck zu erhöhen, beziehungsweise in die andere Richtung, um ihn zu verringern. Bei geöffneter Neigungsverstellung können Sie somit den optimalen Widerstand einstellen. Dieser Stuhl ist serienmäßig mit sicherheitsgebremsten Rollen für weiche Böden, wie zum Beispiel Teppichböden, ausgestattet. Wenn Sie vom Stuhl aufstehen, werden die Rollen entlastet und dadurch automatisch gebremst. So kann der Stuhl nicht unbeabsichtigt wegrollen.